Moin Moin liebe Zuschauer zum X-Tipp Spieltagstipp heute in Außenmission mit Adriano Napoli von Kroatia und wir tippen zusammen den 29. Spieltag der Landesliga Hansa. Wir legen los mit der ersten Partie, die heißt Ham United gegen Elas Expo. Dein Tipp? Also Ham wird das definitiv gewinnen, denke ich mal. Ham ist mit so fußballerisch die attraktivste, tollste Mannschaft. 3-0 für Ham. Kennst du irgendwie einen Torschützen? Treffen ja immer dieselben da, ne? Chirosi, Sunti oder sowas sagen wir. Nächste Partie, Basbüttel gegen Lobrüge. Lobrüge macht das. 2-1. Auch da kennst du irgendwelche Leute, Bekannte? Kenne ich keinen Namen. Alles klar. Fangen wir an mit der nächsten Partie, Kosovo gegen Schwarzenbeek. Freitagabend wahrscheinlich, Flutlicht. Kosovo macht das. Richtig geile Fusi-Truppe, tippe ich auf ein 3-1. Klingt gut. Nächste Partie ist Bramfeld gegen Vorwärts Wacker. Beide so Mannschaften denke ich extrem unter deren Erwartungen, auch unter meinen Erwartungen. 1-1. Klingt fair. Nächste Partie ist Altengammel gegen SCVM Derby. Altengammel ist für mich die mega Überraschung, also auch wie die sich verändert haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Die machen das da. 2-0. Also positive Überraschung? Ja, ja, definitiv. Torschützender? Ist nicht dein Metier da drüben, ne? Nächste Partie ist FC Bergedorf. Kroatia 2 oder 1, wie man will, gegen Derzim Spor. Derzim Spor ist eine super sympathische Truppe und ich glaube Derzim Spor macht das da 2-0. Und jetzt die alles entscheidende Partie Poppenbüttel gegen Kroatien. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Olaf weiß, wir sind eine extrem starke Rasenmannschaft und Hinspiel war schon sehr sehr knapp und ich tippe mal auf ein 0-0. Danke.